liebe schach community schach spielen ist manchmal reines auswendig lernen eine steile these die immer wieder in den raum geworfen wird ich zeige euch jetzt in diesem video eine partie die das vielleicht auch ein bisschen untermauert gespielt beim schachfestival in taschkent uz chess cup 6 bis 14 juni richtig stark besetztes masters mit einem teil der welt elite nordrige abdustador ist dabei viele weitere starke großmeister werde ich euch am ende des videos zeigen es gibt noch ein b turnieren challengers mit deutschen großmeister und noch ein futures also ein bisschen angelehnt auch an anderen festivals die im laufe des jahres immer wieder stattfinden weil kein see in prag die schauen sich alle so ein bisschen gegeneinander paar sachen ab in diesem video zeigt euch die partie zwischen alexei sarana und ja auch hier sind darauf einem der jungen starken usbekischen nationalspielern salana 24 jahre alt startet für serbe serbien ist die nummer 26 der welt aktuell 29 gebürtiger russe ist spiel dabei inzwischen für serbien sind auf 18 jahre alt die nummer 60 der welt für usbek ist dann am start ist auch olympiasieger geworden mit usbek ist dann also usbek ist dann passiert einiges abdustador sind darauf und jakubow sehr sehr starke großmeister junge großmeister vor allem so was ist in dieser partie passiert erstaunlich ist sarana beginnt hier mit d4 und wir haben gleich die halbslawische verteidigung springer f6 c4 e6 springer f3 d5 springer c3 wir sind hier in der im universum des damengambits und jetzt kommt c6 hier halbslawisch es gibt hier zwei große blöcke e3 oder läufer g5 h6 greift den läufer an da habe ich vergessen den fall zu machen hier kann man jetzt auf f6 nehmen das ist die moskauer variante oder man spielt hier läufer h4 und das ist das anti moskauer gambit warum gambit weil man hier auf c4 den bauern opfert schwarz nimmt raus e4 starkes zentrum und jetzt möchte schwarz den bauern verteidigen spielt zuerst g5 läufer g3 und dann b5 ja wenn man schon das zentrum aufgibt weiß dieses schöne zentrum mit e4 und d4 gibt da möchte man wenigstens mehr bauern haben das ist der tausch läufer e2 springer bd7 dame c2 macht platz für den turm der soll nach d1 es geht hier weiter mit springer h5 greift den läufer an möchte bei gegebenenfalls diesen läufer tauschen turm d1 das ist alles noch theorie heißt es gibt noch ungefähr 10 15 partien in der datenbank in meiner datenbank zu dieser stellung aber wir sehen hier sarana auf der einen seite kennt die variante sehr gut ist super vorbereitet während sind darauf jetzt ungefähr hier anfängt länger nachzudenken wir haben ja hier eine klassische bedenkzeit 90 minuten für 40 züge ich habe jetzt nicht genau nachgeschaut ob die noch 30 minuten dazu bekommen hinterher ist jetzt aber auch nicht wichtig 30 sekunden natürlich zeitgutschritt pro zug abzug 1 er denkt jetzt hier ungefähr 20 minuten nach für laufer bis ihm wir sind aber noch hier auf auf theoretischem gefilde salana spielt sehr schnell d5 hier öffnet das zentrum das ist sinnvoll weiß hat einen bauern weniger hat aber mehr figuren im spiel 1 2 3 4 5 6 schwarz nur drei es ist sehr sinnvoll in diesem zusammenhang die d linie zu öffnen und das zentrum den entwicklungsvorsprung zu nutzen schwarz nimmt jetzt raus auf die drei wir sehen hier lange nachgedacht 24 minuten das heißt es raus aus seiner theorie das heißt er weiß nicht mehr hier erkennt die vorgängerpartien nicht definitiv nicht beziehungsweise 24 minuten ist zu lange man denkt hier nicht 24 minuten nach um sich an irgendwelche vorgängerpartien zu erinnern vor allen dingen nicht in an so einer force in so einer unglaublich forcierten variante er ist jetzt auf sich alleine gestellt spielt aber im prinzip die züge die schon mal gespielt wurden und salana kennt sich natürlich aus ok h schlicht g3 für den zug muss man nicht überlegen die h linie öffnet sich für den turm ja das ist natürlich der negative das ist natürlich die negative folge von springer schlicht g3 öffnet dem weißen die h linie jetzt nimmt schwarz ja zweimal auf d5 raus weiß nehmen im springer und es hat sich die d linie geöffnet läufer g7 jetzt wieder hier drei minuten nachgedacht ok springer e3 zurück nach gibt dem turm die sicht frei und springer e5 ist jetzt hier eine unangenehme drohung was heißt drohung also es droht natürlich hier auch springer e5 mit angegriff den läufer und springer d6 schach sehr sehr unangenehm und hier dachte cinderdorf 24 minuten nach weitere 24 minuten und er hat bald keine zeit mehr 14 minuten nur noch auf der uhr nachzug 16 und wir befinden uns eigentlich immer noch in einer variante die schon häufig gespielt wurde leider häufig ist übertrieben aber es gibt ungefähr noch 56 partien habe ich in der datenbank gefunden dame a5 schach er findet die besten züge im prinzip braucht aber sehr viel zeit während sarana im prinzip nur das abspult was er sich sowieso schon mal angeschaut hat ich weiß jetzt natürlich jetzt nicht ob konkret für diese partie oder ob er sich generell einfach gut ob er sich generell gut auskennt könig f1 hier im übrigen sarana ist auch bekannt weil er ständig im title tuesday mitspielt er hat ja den title tuesday gewonnen am dienstag an dem ich mit gespielt habe da habe ich eine partie gezeigt nakamura gegen niemand da hat er ja den title tuesday gewonnen also er hat auch immer die zeit gefunden um nachmittags schön den title tuesday mitzunehmen das ist ein profi so könig f1 turm d8 und jetzt springer f5 greift den läufer an könig f8 so die letzten züge kamen schnell von sind darauf aber der liebe sarana spielt weiterhin ultra schnell turm d6 ihr seht es noch hier hat er irgendwie 20 sekunden verbraucht spielt um d6 man braucht ja ein bisschen zeit um die züge auf zu schreiben das heißt er wusste immer noch wo er ist ist immer noch eine variante die er kennt er attackiert hier h6 mit turm d6 und das ist alles schon gespielt worden hier gibt es ein paar partien in denen schwarz auch fehlgriff in der regel mit springer b8 oder läufer schlicht f3 alles fehler wonach weiß riesen vorteil hat und es gibt hier nur einen zug der das gleichgewicht hält für schwarz ich habe das natürlich analysiert der zug ist noch nie gespielt worden in einer klassischen partie und er lautet hier dame schlicht a2 die idee ist dame b3 zu spielen hier den damentausch anzubieten und noch einen weiteren bauen mitzunehmen das problem in der stellung ist der zug dame d1 mit angriff auf den d7 was macht man hier natürlich wenn man das ohne engine betrachtet und nicht so viel zeit hat dann wird man hier wahrscheinlich den besten zug nicht finden der beste zug ist hier ob ihr es glaubt oder nicht dame b3 die idee ist lass weiß ruhig auf d7 nehmen dann tauschen wir aber die damen und am ende bekommen wir den b2 schwarz hat hier drei bauen für die figur und kann in diesem endspiel mithalten wegen dieser drei starken bauern die stellung ist ungefähr ausgeglichen schwarz hat auch zwei starke läufer kleines problem ist natürlich dieser turm hier so schnell kommt er gar nicht ins spiel auch wenn weiß hier eventuell einen bauern gewinnen kann mit turm h6 oder so die drei bauern sind sehr sehr stark unterstützt von den zwei läufern hier ist alles möglich aber für sinderdorf natürlich eine sehr sehr schwierige aufgabe in dieser stellung hier dama a2 sich durchzuringen es haben auch schon andere großmeister vor ihm diesen zug nicht gespielt und er wählt hier einen ganz anderen zug und zwar g4 greift den springer an und ihr seht der balken springt nach oben und vor allen dingen sinderdorf hat hier neun minuten überlegt hat nur noch zwei minuten 24 und wir sind bei zug 19 und jetzt denkt sarana auch das allererste mal in dieser partie selbst nach nachdem er vorher im prinzip nur die züge die erkannte abgespult hat springer 3 nach d4 und weiß steht hier laut allen engines auf gewinn ich kann verstehen warum diese stellung so bewertet wird die figuren sind ultra aktiv hier alle super aktive figuren ich greife g4 an ich greife h6 an dreimal und die sprenger stehen natürlich super zentral und das ist nicht mehr zu halten läufer e5 greift den turm an und jetzt ein wunderschöner zug den sarana auch vorher schon gesehen hatte wahrscheinlich dame c1 greift h6 an und das problem ist hier der springer verhindert dass der könig rauskommt und es droht turm schlicht h6 snaps matt schwarz spielt springer f6 läufer d6 funktioniert nicht wegen turm h6 turm g8 zum beispiel der turm h6 ist ja matt dame h6 und matt turm g8 und hier turm schlicht d6 mit der idee dame h6 und es ist vorbei ich habe noch nicht mal groß was weniger hier mit weißen qualität aber das ist irrelevant wenn der schwarze könig auf matt im matt netz zappelt schwarz probiert springer f6 hier mit ganz wenig zeit nur noch 34 sekunden in so einer situation muss man cool bleiben wenn man so viel zeit hat wie sarana und sich nicht irgendwie inspiriert fühlen schnell zu spielen man muss hier nicht schnell gewinnen mehr punkte gibt es nicht am ende es gibt nur einen punkt maximal und egal wie schnell er gewinnt und er nimmt sich genügend zeit und nach zwei minuten turm schlicht h6 ja zwei minuten ist gar nicht so viel aber er war sich hier einfach super super sicher turm h6 ist auch nicht wirklich schwierig es droht einfach turm schlicht h8 wenn turm h6 kommt kommt dame h6 und der schwarze könig ist matt also wenn turm g8 kommt dann kann ich auf f6 nehmen ja deswegen nimmt schwarz hier auf d6 turm d6 turm a8 springer g8 blockt hier und hier turm schlicht g8 nach drei minuten hier sieht man ein starker großmeister ein absoluter weltklassespieler bis sarana braucht auch nicht besonders lange um das hier nach hause zu fahren könig g8 dame g5 schach sehr gut greift den könig an wenn schwarz den turm dazwischen zieht kommt natürlich springer e7 schach dann schlagen wir den turm und dann den läufer oder eventuell dame h5 schach wenn der könig nach h7 geht und wenn der könig nach g7 geht dame e5 da hängen zwei figuren deswegen spielt schwarz hier könig h7 springer d6 läufer d6 und jetzt läuft schlicht c4 der schwarze könig ist allein gelassen die figuren stehen schlecht bei schwarz und es droht hier allerleihen es droht dama h5 schach es droht läufer f7 schwarz probiert läufer e4 dama h5 schach und hier gab sind darauf auf und wir sehen sarana hat hier vielleicht 25 minuten für die partie verbraucht vielleicht 30 20 minuten reine bedenkzeit und plus die zeitgutschrift wir sind bei zug 28 da muss man noch ein bisschen 28 also noch mal 14 minuten die dazukommen also 20 21 25 35 minuten überlegt ungefähr für die partie aber im prinzip war das eine partie aus der retorte man sagt dass diesen satz benutzt man wenn wenn eine partei ja im prinzip seine vorbereitung runter ihre vorbereitung runter gespult hat die partei und dann der gegner halt irgendwann aus dem buch war und fehlgriff das ist natürlich ein sehr sehr das ist ein extremes beispiel natürlich wie es laufen kann wenn eine seite die theorie deutlich besser kennt als die andere seite aber und das muss ich betonen zum ende des videos das ist nicht die norm in der regel passiert es oder in der absoluten mehrheit der partien dass eine seite weiß in der regel mehr als die andere das ist ja normal oder gleich ungefähr und dann wird eine normale partie gespielt also schach ist natürlich nicht reines auswendig lernen auch wenn manche das wahrscheinlich jetzt schon kommentiert haben und dadurch geht die kreativität verloren und chesnais xxi muss nach vorne kommen mehr soll wird es nicht laufen da bin ich mir sicher schach ist nicht nur reines auswendig lernen sondern muss auch wirklich sehr sehr viel können um das dann auch nach hause zu fahren solche besseren stellungen taktik ist wirklich auch sehr wichtig mittelspielkenntnisse aber es hilft natürlich wenn man sehr sehr viel arbeitet wie in jeder disziplin viel arbeiten und dann kommen die ergebnisse von alleine oder viel trainieren beim schach oder bei jeglicher sportlicher disziplin oder was meint ihr hinterlasst ihr gerne kommentar zu diesem thema würde mich interessieren jetzt noch mal kurz ein überblick zum uz chess cup uz chess cup das ist die das masters da führt abdu satorov eine runde vor schluss mit fünf punkten zusammen war allerdings mit nordirbeck jakub boeuf seinem namensvetter oder vornamensvetter sind darauf ist fünfter seht yu yangi starker chinesischer großmeister sarana richard raport ist dabei wedit ist dabei der ja beim kandidaten turnier gespielt hat mamet jadov beste spieler aus aserbaidschan paramaxodlu also extrem starkes turnier grischuk tabellenletzter ehemaliger russischer weltklasse spieler immer noch weltklasse 2719 ist immer noch top 30 oder top 40 also extrem stark besetztes turnier wir gucken mal kurz ins challengers dort spielt nämlich alexander donchenko mit hat dreieinhalb aus acht hat noch keine partie gewonnen leider auch ein sehr stark besetztes turnier wie ihr seht nur großmeister schade deutsche nationalspieler hier mit dreieinhalb aus acht am start und dann haben wir noch futures okay das können wir uns sparen da kennen wir die namen nicht das sind alles relativ unbekannte junge spieler das war's von mir das ich hoffe die partie hat euch gefallen und wie gesagt hinterlasst gerne einen kommentar zu diesem thema würde mich interessieren macht's gut du bist immer noch am start du hast jetzt tatsächlich das gesamte video bis zum ende angeschaut daumen hoch und nicht vergessen kanal abonnieren falls es nicht gemacht hast